Entdecke die Freiheit. Am 5. November in der Porsche Arena Stuttgart. Wir feiern 500 Jahre Reformation. 500 Jahre Entdeckung der Freiheit, die Jesus Christus uns schenkt und Zukunft ermöglicht. Erlebe einen Tag voller Musik, inspirierender Impulse von Stefan Kiene, Matthias Clausen und Vishal Mangalwadi aus Indien. Musik, Gebete und Anbetung laden ein zu himmlischer Begegnung. Packen die Lebensgeschichten, motivieren zum Handeln in unserer Welt. Und im Foyer geben Werke und Initiativen Einblicke in ihre Arbeit. Entdecke die Freiheit. Ein Tag voller Angebote für alle Generationen. Komm und feiere mit. Am 5. November in der Porsche Arena Stuttgart. rings,ах t expire. Passfruit